Willkommen zurück, Gussi. Ja, das werden wir brauchen. Der Wind meldet sich. Ich werde dich erfrischen, sagt er. Ich freue mich schon drauf. Ich brauche keine Bodyguards. Ich spiele nur Jojo. Ich brauche keine Bodyguards. Der Eiermann ist da. Alter, das Lied ist so unnormal. Auf jeden, Dicker. Auf jeden. Mit der Kaine sitzt total relaxed da. Der Doi. Der Jojo fliegt. Und fliegt. Wie eine Peitsche fühlt er sich. Dicker. Lass laufen. Das ist Super Black Man. Er muss ja irgendwo sein. Hahahaha. Ein Wolf springt vorbei. Ein dickes Portemonnaie wird rausgehauen. Das Geld wird hingeschmissen. Wer ist nun hier? Stohn? Hahaha. Und mit dem Bild des Tages verabschieden wir uns. Da sehen wir uns. Da sehen wir. Eine Bank. Da sitzt mit der Kaine total relaxed. Da ist Gussi. In eine Super-Joda-Stellung. Mit einem Jojo in der Hand. Und hier sind Kollegen Cedric B. Energie. Und die Hübschen. Und alle Strahlen. Positive Energie in allen Richtungen. Hahaha. Zu nice, Dicker. Zu nice. Zu nice. Zu coração. Zu bien. Jetzt.